Heute bin ich hier in der Küche. Ich zeigte euch, wie genau afrikanisch Jam oder große Kartoffeln, wie man das gekocht hat. Jetzt ist die komplette Schale weg. Also erstmal klein schneiden. Also wenn du größer schneidest, musst du länger kochen lassen. Also ich schneide immer klein. Jetzt machen wir den Koch vorbereitet. Jetzt ist sie an. Auch Salz. Salz muss ja auch noch rein. So jetzt machen wir dann die Decke drauf. Wunderbar. So, immer noch kochen. Bald ist fertig. So, jetzt ist sie fertig. Essen ist ready. Essen ist fertig. Natürlich mit der Soße. Also eine Spinatssoße mit Fisch. Also wir probieren das einfach mal aus und gucken, wie die genau schmeckt. Aber sehr lecker. Also nächstes Mal zeigt ihr euch, wie genau wie der Spinat Soße gemacht hat. Und dann ist es ein bisschen was vergessen. Es ist ein bisschen was lieb. So.